Der Stuttgarter Autobauer Daimler ruft deutschlandweit rund 114.000 Fahrzeuge zurück. Defekte Dichtringe sollen dazu führen, dass bei einem Teil der Wagen mit Vierzylinder-Dieselmotor Öl am Kettenspanner des Motors austrete. Davon sollen fast alle Modellreihen von Mercedes betroffen sein, die von Februar bis November 2014 produziert wurden. Diese Fahrzeuge haben den intern OM651 genannten Motor, der schon öfter Probleme gemacht hatte.